hallo ihr lieben da draußen herzlich willkommen zurück schön dass ihr wieder mit dabei seid bei denken tja eigentlich wollte ich ja ein zwei drei vier fünf tage ja für mich spielen sozusagen ein bisschen hier und da und pipapo und ja es regnet und tatsächlich jimmy ist da deswegen habe ich dann ich habe die wetterstation bekommen von franklin und habe die dann gleich aufgestellt habe gefragt wie das wetter wird und dann hat er natürlich gesagt regen da dachte ich naja gut okay dann kannst du ja jetzt nicht okay dann mache ich die nächste folge dann doch mit euch ja ich meine wir wollen bloß ein bisschen geld aber trotzdem ja dann habe ich mir noch mal so ein maschinchen maschinchen geholt mit dem aufladen dass das einfach dann für das zukünftige projekt ein bisschen schneller geht und ja genau jetzt werden wir uns gleich auf den weg zu jimmy machen weil ich denke wenn wir wirklich dieses riesige projekt starten umzug des dorfes der kleinen stadt wie auch immer dann freuen wir uns natürlich über jeden cent den wir eben halt ja haben können und von daher denke ich ja das schon ganz gut und wir haben tatsächlich nicht genug gelbe blumen das ist natürlich schon eine nummer naja gut das ist halt so ja wie ihr seht ich habe hier so einiges zeug mit dabei wo wahrscheinlich manche den kopf schütteln werden aber das ist mir jetzt erst mal so ein bisschen wurscht wir haben so viel von den sachen dass ich einfach sag das kann man verknusen von daher ja riskiere ich es jetzt einfach und dann muss man halt einfach zwei drei tage fahren das schöne ist wir haben ja zeit es ist ja nicht so als wenn irgendjemand uns irgendwie hetzt oder ja wir sind gezwungen irgendwas ja zu tun oder zu lassen und von daher ich bin da jetzt einfach total entspannt ich habe hier ein bisschen mais mitgenommen ich würde jetzt ja auch tatsächlich von dem was ich eigentlich verkaufen will noch mal futter machen und genau so wo habe ich denn jetzt gerade die milch habe ich nicht noch nicht an den käse was käse so also dann bräuchten wir natürlich auch ein eimer bevor wir jetzt dann darüber fahren ach so fahren wir jetzt dann machen wir das erst mal hier alles fertig halt da vorne musst du das reintun so gucke mal und dann gibst du mir mal ein bisschen milch von dir dankeschön ich muss natürlich auch streicheln und dich müssen wir streicheln und ein bisschen milch holen so genau und dann brauchen wir natürlich auch noch dich hier dann haben wir das nämlich heute auf alle fälle schon mal hinter uns ja ich habe wie gesagt gestern den mais geerntet das waren 192 stück glaube ich also es war wirklich wirklich viel ich bin mir gerade gar nicht sicher ob der kohl nicht vielleicht auch schon fertig ist dann gucken wir jetzt mal schon darüber ja tatsächlich ist ja schon fertig ja fahnsinn das ist super cool da können wir dann gleich die nächsten salatköpfe reinmachen noch reicht es ja von der zeit her sehr sehr nice sehr schön so genau und dann werden wir uns jetzt dann aber gleich auf den weg machen zu mir natürlich wieder das ganze zeug mitgenommen was ich eigentlich nicht mitnehmen wollte aber ja okay dann wir haben ein bisschen zeit jim ist ja eine weile da und wobei ich wollte eigentlich auch noch mal zu franklin wieder das nächste herstellen lassen jetzt ist dann schon so schlag auf schlag wäre schon cool so gucken mal dann können wir jetzt das da rein machen da weiß ich jetzt gerade gar nicht wo das nächste ist ne warte mal ich hatte doch noch mehr von den cabbage seeds aber ich habe auch wieder keine ahnung wo ich meinen hubschrauber hingetan habe ach da steht er ja na dann ist ja gut du kommst hier mit rein den rest nehmen wir dann wieder mit ich habe schon überlegt ob ich knochen verkaufe aber da war ich mir dann wirklich nicht sicher ob das eine gute idee ist so ich nehme ich jetzt gleich mal mit ja ja mal kurz reingucken da ist heute nichts drin das ist aber auch in ordnung dann machen wir jetzt hier das zeug rein da drüben kommen jetzt die milch rein und die cabbage sieht sehen wir uns dann schon mal mit ne so ach genau das waren jetzt die maiskolben genau den eimer den müssen wir natürlich schon wieder nach hinten bringen ähm wir könnten mal wieder den mitnehmen so gut dann lass uns doch mal zu jimmy fahren ne verkaufen wir das mal gucken der hat bestimmt irgendwie ein rezept ähm ja ist man schon so ein bisschen ja man möchte dann schon ein bisschen mehr ausgeben ja damit dann ach genau die frösche man könnte auch die frösche töten ne diese skins 50 stück kann man dann ja im prinzip bei ihm auch verkaufen habe ich auch schon mal gemacht in einem privaten spielstand ähm hat sich halt am anfang doch schon so ein bisschen gelohnt so der müsste jetzt ja hier eigentlich gleich irgendwo auftauchen hoffe ich so da ist ein schiff guck mal die äh hallo 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 so weil uh eine perle oh das wusste ich gar nicht dass hier eine kleine perle also dass hier perle ist sehr nett das freut mich sehr so gut dann schauen wir mal was er denn so spricht das jimmy line kann ich ja eigentlich irgendwie hoch oder nee ich muss tatsächlich dort irgendwie landen okay dann holen wir mal unseren jetski raus so guten tag hallo servus hallo 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 ach das ist eine uhr so welcome back here oh god any deals so come to buy achso das sehe ich gar nicht heute mal achso nee nee ich will ja ich will ja erstmal verkaufen ne das ist mir jetzt erstmal ein bisschen wichtiger ja ja i will pay double ja das ist gut so da müssten wir jetzt eigentlich ein bisschen was zusammen kriegen ich hoffe es einfach mal äh was plus my very very fair bonus ja oh fast 2 millionen ja wenn du überlegst was das äh was die dinger da kosten ne dann ist das schon in ordnung cool oh was haben wir jetzt gekriegt hier excellent weil ich eier verkauft habe ach wie krass okay ich brauche mehr hühner buy ruby shards okay wir könnten rubine kaufen für 40 tausend das stück okay oder ist das bloß einer es ist tatsächlich bloß einer okay macht nix was ist das coffee seats achso aber das waren glaube ich die die gibt es nur im spring genau da haben wir welche geholt gehabt ne da will ich jetzt keine ich würde gerne den plan haben der blueprint der ist zwar ein bisschen teurer ne ich glaube der kostet vier 400.000 aber ist egal ich will den haben ich will wissen ich will alles bauen können achso das macht sie hier macht er hier drinnen nicht okay was ist das hang red hang glider aber die glider die haben wir doch eigentlich ne na gut so war schön mal wieder mit dir hart oh der ist schön ja fair gehandelt würde ich sagen oder kira mhm wir sind wieder ein bisschen reicher so hallo gut das ist in ordnung jetzt müssen wir was gucken wir müssen ja unseren heli mitnehmen ja es ist okay ne also ähm wir haben jetzt ein bisschen was ausgegeben aber das ist auch vollkommen in ordnung also für mich ist es in ordnung ja ich meine ihr könnt gerne die hände über den kopf schlagen und sagen oh mein gott was machst du für einen blödsinn aber für mich war es jetzt tatsächlich echt okay also ähm ist hier eigentlich irgendwo ein hai in der nähe oder so also ich meine scheinbar nicht okay glück gehabt ne ähm aber wie gesagt mein vorhaben ist halt schade ich hätte gehofft dass ich den noch mitkriegen mitnehmen kann ähm genau wenn ich jetzt wirklich nochmal also wenn ich jetzt wirklich umziehe worauf ich ja echt lust hätte dann ja brauchen wir das halt einfach so oh das war's nett ui schön super super zwei kies auch das ist sehr schön ja genau und von daher da ähm bin ich vollkommen mit einverstanden das ist für mich alles vollkommen in ordnung gut so ähm ja dann haben wir jetzt äh ein bisschen ja Zeug beim Master of Disaster äh nee beim Jimmy verkauft haben wir ein bisschen Kleingeld uns geholt so genau jetzt können wir dann im Prinzip uh uh hi na du 20.000 Ding Fisch hier brauchst du Geduld 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 man hat aber das Gefühl der schwimmt dann so weit weg dass du ihn gar nicht mehr an Land bekommst aber es dauert halt einfach nur lange dann geht es schon ah jetzt hab ich hab ich Glück gehabt puh das war ja ein bisschen knapp so da ist mein Heli so jetzt gucken wir da mal ach guck mal hier sind ähm auf alle Fälle warte mal wenn wir jetzt eh schon so ein bisschen unterwegs sind ne pass auf dann werden wir jetzt dann einfach ein bisschen was sammeln gehen ne das hab ich ja eh schon angekündigt dass das auf alle Fälle mal wieder sein sollte wir wählen jetzt mal die Billy Buttons und so also alles was wir an Blumen finden möchte ich dann schon gern mitnehmen ähm falls wir eventuell so viel Glück haben und Richtung nach wir gehen mal so ein bisschen in die Richtung ne weil ich würde gern so ein bisschen hier in die durch die Wüste gehen und vielleicht haben wir ja tatsächlich auch Glück und finden so das ein oder andere äh Desert äh Pflänzle ne diese roten Blumen das wäre jetzt schon cool so guck mal hier ist ein Apfelbaum das ist auch echt super den nächsten äh ja egal der ein Apfel das wird mich nicht umbringen so da sind noch ein paar Äpfel genau jetzt schlafen hier die Viecher aber das ist auch okay ähm so die hier müssen wir nämlich auch einsammeln von denen haben wir nämlich von den Leimbasches haben wir nämlich im Moment auch echt wenig ne also da hapert es im Moment ein bisschen so 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 oh hier sind viele aber ich will ja eigentlich in die Richtung ne so ein bisschen sollten wir schon beim Plan bleiben ne oh hi dich nehme ich doch auch gerne mit ja doch die auch ein schöner Regenspaziergang kann auch entzücken so dann haben wir nämlich vielleicht doch nochmal die Möglichkeit dann morgen wieder die nächsten herzustellen ne so und oh ja Blümchen ein Blümchen sehr schön ojojo ich weiß schon ich weiß schon euch nehmen wir auf alle Fälle auch mit ne oh guck mal da ist dann nochmal ähm ein Apfelbaum sehr gut so auch hier ist nochmal ein Apfelbaum nice 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 so ich weiß gar nicht wie viel Zeug ich jetzt eigentlich noch mitnehmen kann ich hab so ein bisschen das Gefühl unsere Taschen sind mega voll ähm muss ein bisschen gucken dass ich nicht zu viele unterschiedliche Sachen mitnehme sonst kann ich bald nichts mehr tragen so na guck mal hier sind zwei von denen das ist super okay ähm wir müssen auf alle Fälle noch Viechers fangen oh sieht gerade nicht so gut aus ne vielleicht sollten wir vorher kurz heim was ist mit dir ich hab echt genug von deiner Spezies so viel könnt ihr mir glauben ne die gehen mir so richtig auf den Zeiger so ah guck mal hier auch alles mitnehmen sehr schön ähm genau dann können wir uns das halt ach hier guck mal wir sind ja schon da wo ich gerne hin möchte ne ja genau also wie gesagt ne äh ups wir können ja mal gucken wie tief okay also hier werden wir auf alle Fälle eine ganze Menge von diesen Printern brauchen das hab ich dir natürlich nicht mit dabei sonst hätte ich gerne mal geguckt ob das unter Wasser überhaupt funktioniert ich hoffe es jetzt einfach mal aber theoretisch sollte es ja eigentlich möglich sein ne dass du alles veränderst aber ich glaube hier könnte ich mit leben ich meine nachdem wir ja jetzt auch ähm ja Steine selber ja herstellen können nenne ich es jetzt mal so ne hab ich auch kein Problem damit das ganze Zeug hier abzureißen ne also das ähm dürfte durchaus gut es ist schon drei wir müssen uns ein bisschen schicken dass wir nochmal zu ähm John kommen ne also grundsätzlich glaube ich hätten wir hier auf alle Fälle ein ein schönes Zuhause ja es wird dauern bis man so fertig ist ne aber ich denke wenn man halt einfach mal anfängt ähm mit so dem ersten dann wo gehe ich denn jetzt schon wieder hin habe ich die Cabbage Sets dabei vielleicht eventuell ja tatsächlich so pass mal auf jetzt machen wir das mal so oder hm hab gerade überlegt ob ich kurz fliege ich glaube ja müssen uns ein bisschen schicken wir müssen uns ein bisschen schicken dann hast du hier halt einfach auch einen richtig schönen Ausgangspunkt weißt du und dann ja ich glaube das könnte gut werden doch doch das würde gut werden so warte mal warte mal warte mal und so genau dann haben wir das nämlich auch schon können wir nochmal ein bisschen weiter dann müssen wir kurz zu John dann können wir nämlich ein Teil schon mal verkaufen ja Franklin habe ich jetzt halt verpasst aber gut das ist jetzt ist jetzt halt leider so ne was ist heute Donnersache können wir morgen auf alle Fälle nochmal zu ihm gehen und nochmal was bestellen dann kriegen wir Samstag auf alle Fälle was oh guck mal das Melvin ähm Melvin meine ich ähm ja so das 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 ja okay immerhin ne ja ja das passt das passt ja schon genau nee das ist glaube ich ähm tatsächlich was ich habe inzwischen so viele coole Ideen gesehen das kriegen wir hin das wird richtig schön da bin ich mir sicher so jetzt räumen wir hier erstmal ein bisschen auf ne so okay das war jetzt wirklich wenig aufgeräumt so guck mal da die Schlüsselchen hin guck mal das nochmal kacker das brauchen wir natürlich nicht ah guck mal hier ist der Printer ich müsste das ja schon mal ausprobieren ne ob das unter Wasser auch funktioniert so dann gehen wir jetzt kurz ähm wir müssen ja hier noch so müssen wir die auch verkaufen das weiß ich jetzt gerade gar nicht so das können wir dahin machen da ist nochmal ein Schmetterling achso nee das ist bloß äh fange fange vier Viechers okay naja das ist ja jetzt dann nicht so schlimm wenn wir die nicht gleich verkaufen so dann brauchen wir hier natürlich auch noch so das dahin das alles dahin gut 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 das kommt dann zu uns den Eimer müssen wir natürlich nach hinten bringen ja genau so ja also wie gesagt ich muss mir das tatsächlich angucken wie man das dann am besten umsetzt da habe ich tatsächlich gerade noch nicht so die Peilung ich verkaufe mal schnell nochmal die ganzen Bugs weil die brauche ich ja jetzt gerade nicht hallo hallo sell goods genau so nee nicht die Biene die drei so ja immerhin ist ja in Ordnung dreieinhalb ist besser wie Gornix so ähm äh what's new need anything nee eigentlich nicht das brauche ich tatsächlich nicht also ich will ja eigentlich nur Rezepte Rezepte so hi Frankie alles cool what's new there's no better feeling than finishing along ja das stimmt aber wenn du lange schwierige Projekte hast und die dann beendest dann fühlt sich das schon cool an ja das können wir machen das können wir machen ähm das machen wir auch gleich bevor wir jetzt den Eimer noch wegbringen dann haben wir es nochmal hinter uns und die müssten hier ja eigentlich irgendwo guck mal da ist doch einer zwei drei zehn nee das sind gar keine ne das sind gar keine Entschuldigung da hinten oder ist das einer ja nicht ganz getroffen ne aber hä was wieso ich will euch ja gar nicht ich will doch so einen Blue Spotted geht mal weg hier dich ne ja genau dich will ich eigentlich es war jetzt klar dass wir jetzt den was hä wieso was ist denn das jetzt für ein Fisch wieso haben wir jetzt denn den ganz anderen Fisch ne also Fischen ist immer mich ja okay ich wollte gerade sagen also Fischen ist im Moment ja eine absolute Katastrophe so mir fällt gerade ein wir sollten nachdem ich so viele Fruchtsalate gemacht habe auf alle Fälle wieder anfangen alles einzusammeln eben halt auch hier durchaus ja nein weg so wer wollte jetzt das haben Franklin ne Franklin wo bist denn du jetzt hin das ist immer super die sind immer plötzlich verschwunden einfach nicht mehr da hä na gut ich wollte sowieso den Eimer da hinten hinbringen äh so das Futter ja wo ist das denn na sag mal Franklin hm ich habe jetzt aber eigentlich keine Lust angeln zu gehen ne aber wahrscheinlich hätte ich jetzt dann sowas richtig cooles gekriegt aber gut ach er stinkbug wenn ich jetzt nein drücke dann liegt hier wahrscheinlich läuft hier wahrscheinlich irgendwo einer aber gut ist nicht schlimm so wo ist denn jetzt da drüben ist er so ich sollte die Leute in Zukunft morgens fragen ne damit du da einfach die Zeit hast den Tag über und ja nicht abends dann super toll klasse sunglasses wuhu brauchst du irgendwas willst du vielleicht ein paar neue eine neue Brille haben oder so to eat right now okay warte 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 hier ich weiß du magst Fleisch guten Tag hier guck mal ja ja warte hier schau mal this is for you something to eat ja you beauty oh mein gott ist der schön aber wisst ihr wonach der ausschaut der schaut so nach muscheln aus oh oh das läuft ne was brauche ich denn für den ach nur stone und okay geil der schaut toll ja es wird langsam ne also es wird langsam aber wer möchte denn so eine Honigpfad machen das ist cool cobblestone okay aber das ist road lines ah okay krass dann kannst du eine Straße machen das ist das ist schon nett also ich hab ich weiß nicht ob ihr das mitbekommen habt oder nicht ich hab den hier auch neu den find ich sogar noch richtig hübsch weil diese diese dinger da nicht sind also der gefällt mir richtig gut aber dafür brauchen wir wesentlich mehr hartholz als ich im moment zur verfügung habe naja gut also wie gesagt ich guck jetzt mal ich werde wahrscheinlich morgen nochmal ein bisschen also die nächsten ein zwei tage vielleicht oder sowas nochmal selber spielen ich bin mir aber nicht sicher ob ich das wirklich schaffe von der zeit her also die woche wird ein bisschen schwierig von der zeit her ähm meine mama kommt ja bald zu besuch meine beste Freundin hat Geburtstag da gibt's noch so einiges vorzubereiten äh ja mal gucken ich wollte mir jetzt nicht komplett Urlaub nehmen also Urlaub von den Videos oder sowas das fand ich dann irgendwie auch doof ich muss mal schauen lasst euch einfach überraschen ähm wie wir das jetzt dann irgendwie machen und angehen und ähm ja also kann sein dass äh vielleicht Dinkem und Hausflipper sich abwechseln das war tatsächlich so ein bisschen meine Idee ja ihr werdet es sehen oder mitbekommen haben ob die Folge jetzt am Dienstag oder am Mittwoch kommt ne so ähm da und da genau jetzt machen wir noch ein bisschen das Holz fertig und da noch die letzten Dinger rein so genau ja und dann ähm wie gesagt werden wir so langsam mal anfangen mit dem Projekt neue Stadt oder neues Dorf ähm ich mache mir so ein bisschen Gedanken wie ich das am besten aufbauen möchte ähm schaue mir eben halt so so Bilder an und und äh ja mal gucken ne das werden wir dann schon irgendwie das wird dann schon richtig cool glaube ich also wie gesagt viele Ideen ähm die ich mir angeschaut habe ein paar Videos ein paar YouTube Videos ne von Leuten die eben halt wirklich hunderte von Stunden in dieses Spiel gesteckt haben Wahnsinn also ne das ist so schön und von daher wir werden uns es dann schon hoffentlich richtig schön machen ne gut okay dann ja soll es das für heute aber erstmal gewesen sein achso ne die waren stopp warte mal die waren da drüben drinnen die waren hier drinnen genau ja zwei haben wir sehr schön ja ihr lasst es euch jetzt gut gehen bleibt gesund und munter mir dürft ihr gerne ein Däumchen mit nach oben dalassen und dann ähm sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bis dahin ciao 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 Untertitelung des ZDF, 2020